Herzlich willkommen! Es freut mich, dass ihr alle hier seid zu diesem sehr spannenden Thema, wie ich finde, emotionale Fitness für Menschen und Pferde. Ich bin Marion Oesch, ich bin eine Vier-Sterne-Parelli-Instruktorin. Das heisst vielleicht etwas für ein Paar für euch, für euch vielleicht nicht. Grundsätzlich, was das heisst, ist, wir sind spezialisiert eigentlich auf Pferdeverhalten, Psychologie und wie man das anwendet, im Alltag Disziplin unabhängig. Das Thema, das wir heute haben, ist mentale und emotionale Fitness für Menschen und Pferde. Ich finde persönlich etwas sehr Interessantes und Faszinierendes, weil es ein sehr wichtiger Bestandteil des täglichen Zusammenseins mit dem Rossi ist. In einem Forum geht es ja, sagen Sie mal, grössten Teils eigentlich um Pferdegesundheit. Was hat das mit Pferdegesundheit zu tun? Ich habe den Eindruck, dass heute immer noch sehr oft von Pferdegesundheit in Form von körperlicher Gesundheit gesprochen wird. Also wie ein Ritim ist, Pferdegesund, wie ein behalte ich in gesunde Verhaltungsformen her, wie er ihn richtig gymnastizieren, wie er ihn ernährungstechnisch und so gut sagt, dass mein Ross physisch, also körperlich gesund bleibt. Und aber der zweite Teil, also wie bleibt mein Ross mental und emotional gesund, also ein bisschen auf der Seite noch ist. Es ist immer mehr dass wir über das reden, aber es ist noch ein bisschen, in meiner Meinung nach, wird noch zu wenig drauf oder über das Thema überhaupt geredet. Jetzt mental und emotionale Fitness ist eine von den wichtigsten Grundlagen, dass die Kommunikation oder das Zusammenleben mit dem Menschen und dem Pferd gut funktioniert. Wieso ist das so? Grundsätzlich ist es ganz einfach. Wir kommen von zwei verschiedene Spezies. Wir sind in der Kategorie Raubtier zu Hause, ein Ross ist in der Kategorie Fluchttier zu Hause. Das allein sagt eigentlich schon mal relativ viel aus, dass wir verschiedene Grundbedürfnisse haben, dass wir lernen müssen, uns irgendwo in die Mitte zu treffen, dass wir beide an uns arbeiten müssen, also das Ross an sich oder wir dem Ross helfen sich und wir auch uns, dass wir uns irgendwo dort in die Mitte treffen können, dass wir miteinander Partnerschaft haben und etwas miteinander machen können. Was bedeutet emotionale Fitness für den Mensch oder mentale und emotionale Fitness? Mentale Fitness ist zu wissen, was zu tun ist in welcher Situation. Situation. Oder ich sage einmal dort ist, im mentalen Bereich ist entscheidend zu treffen zu Hause. Kann ich in der richtigen Situation die richtige Entscheidung treffen? Okay, das ist für mich, das gehört für mich in der mentalen oder ist in der mentalen Fitness zu Hause. Dann emotionale Fitness bedeutet, in jeder Situation ruhig und gelassen zu bleiben. Das habt ihr sicher alle schon mal gehört, entspannen dich, ruhig bleiben, ja, nicht nervös werden. Und für das Ross ist es meistens ganz komisch, jetzt klingt es irgendwie anders. Weil wenn wir uns anspannen, wir können uns noch so anstrengen, ruhig zu sein und uns nicht zu bewegen oder uns versuchen zu entspannen, wenn das nicht tatsächlich von innen rauskommt, weiss das Ross. Er spürt es entweder, wenn man auf dem Ross sitzt und er spürt es natürlich auch, wenn es neben uns oder in unserem Umfeld sind. Okay, also das ist etwas ganz Wichtiges, dass die emotionale Fitness, das muss von innen rauskommen. Das ist nicht etwas, was man einfach so tun kann, ich bewege mich nicht, dann passiert nichts. Das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, das ist meistens oder manchmal nicht immer das Beste, gar nichts zu machen. Aber wir müssen lernen, wirklich zu entspannen, uns zu entspannen. Dann die Voraussetzungen für eine funktionierende Partnerschaft zwischen Mensch und Pferd. Das ist basierend auf diesen drei Sachen Respekt, Vertrauen, Kommunikation. Habt ihr sicher alle schon mal, oder ich hoffe es, in irgendeiner Form schon mal gehört? Wenn das Ross uns als Führungsperson respektiert, können wir gute Entscheidungen treffen für das Ross, also für das Ross seine Sicherheit, aber auch für meine Sicherheit. Da ist aber auch wichtig natürlich, dass wir fähig sind, gute, eben im mentalen Bereich, gute Entscheidungen zu treffen und emotional ruhig zu bleiben können, damit wir dem Ross überhaupt helfen können, sich sicher zu fühlen. Okay, also wenn wir nicht fähig sind, das klingt so gemein, wenn wir nicht fähig sind, wenn wir nicht fähig sind, ruhig zu lassen zu bleiben, damit wir gute Entscheidungen treffen, geben wir dem Ross auch keinen Grund, sich auf uns als Führungsperson zu verlassen. Dementsprechend wird das Ross uns auch nicht wollen oder können vertrauen. Ross suchen in erster Linie Sicherheit. Da gibt es sicher ein paar im Raum, die sagen, ja, aber mein Ross fühlt sich immer sicher oder der hat nie Angst und der ist eigentlich eher dominant oder frech. Aber grundsätzlich ist das allererste und das wichtigste oder das grösste Bedürfnis von einem Ross Sicherheit. Wir sagen darum auch, dass Ross natürliche Folger sind. Das ist aber natürlich nur so, wenn wir ihnen auch, wenn wir uns so präsentieren, dass sie uns folgen können und wollen, also wenn wir ihnen die Sicherheit geben können. Wenn sich ein Ross sicher fühlt, kann es denken, wenn es denken kann, kann es auch lernen. Wenn sie sich nicht sicher fühlen, können sie nicht denken und wenn sie nicht denken können, können sie auch nichts lernen. Okay, also wenn ein Ross sich unsicher fühlt, Angst hat, könnt ihr etwas noch 20 Mal repetieren und er wird es nicht verstehen, weil er nicht im denkenden Bereich ist. Okay, das ist etwas ganz Wichtiges für euch, das zu realisieren oder das zu wissen oder das Bewusstsein. Wenn ein Ross ein guter Mensch, oder wenn wir dem Ross genug Sicherheit geben können und auch die Führung, kann das Ross, dass es im denkenden Bereich ist, natürlich auch die Aufgabe, die wir dem Ross stellen, lernen, die Lösungen zu finden. Also wenn er nicht am Nachdenken ist, oder? Und ihr könnt durch Wiederholungen, oder? Ein Ross lernt durch Wiederholungen, oder? Also ich sage einmal, das Lernverhalten des Ross ist basierend auf einem Zufallsprinzip. Stimmen wir doch mal dazu. Tönt das komisch? Ich erkläre euch gleich wieso. Was heisst Zufallsprinzip? Kann ein Ross wissen, was die richtige Antwort ist? Wenn ich zum Beispiel, wir nehmen das Beispiel, ich möchte, dass mein Ross sich auf die Seite bewegt, mir aus dem Weg geht. Okay? Wie kann ein Ross lernen, dass das die richtige Antwort ist? Kommt er auf die Welt? Kommt ein Ross auf die Welt mit dem Wissen, wenn mein Mensch sich auf mich zu bewegt, muss ich ihm aus dem Weg gehen? Ja? Ja? Ich sehe ein paar Scheuche in den Kopf aus. Nein! Das ist etwas, das er lernen muss. Wie lernt ihr das? Wie bringt ihr dem Ross etwas bei? Ein Zeicherelli hat euch schon mal irgendetwas beigebracht, bewusst oder unbewusst. Wie bringt ihr dem Ross etwas bei? Ja? Okay, also. Ich könnte sagen, dass wenn du Druck anwendest, bist du das Ross richtig gemacht und dann belohnst du ihn. Ja? Mit Druck? Druck ist nichts. Ich möchte nicht, dass ihr das Gefühl habt, dass Druck etwas Negatives ist. Mit Druck meine ich nicht Bestrafung. Es sind zwei verschiedene Sachen. Bestrafung funktioniert mit Ross nicht. Okay? Ihr könnt nicht dem Ross sagen, du bist heute schlecht gewesen, du hast heute den Flügelobwechsel nicht gemacht. Du musst jetzt dort in die Ecke stehen und warten, bis ich sie wiederhole. Das versteht ein Ross nicht. Ein Kind vielleicht schon. Ich weiss es nicht. Ich bin kein Experte Kindererziehung. Okay? Aber grundsätzlich das Anwenden von Druck und das Loslassen von Druck und das Positive verstärken ist, wie wir einem Ross etwas beibringen. Wenn mein Ross jetzt aber ums Leben fürchtet, sich nicht sicher fühlt oder ich um mein Leben fürchte und ich mich nicht sicher fühle, kann ich meinem Ross nichts beibringen. Okay? Das ist ganz wichtig. Darum ist die Emotional- und die Mental-Fitness so ein grosser Bestandteil, dass der Reiter sich in diesem Bereich weiterbildet und dementsprechend natürlich auch im Ross helfen kann in diesem Bereich. Das bringt uns zum nächsten Thema, wieso die Grundausbildung so wichtig ist, dass diese Forder-Spezialisierung kommt. Wir sagen immer, Natural Horsemanship ist Disziplin unabhängig. Es ist grundsätzlich einfach da, um das Respekt, Vertrauen und Kommunikation aufzubauen zwischen dem Menschen und dem Pferd. Okay? Darum ist Disziplin unabhängig. Wir müssen alle lernen, miteinander zu sprechen. Okay? Wenn wir einem kleinen Baby nicht beibringen, irgendeine Sprache zu sprechen, wird er sich nicht mit Wortlaut in diesem Sinne mitteilen im späteren Leben. Okay? Das ist ein wenig ähnlich für uns mit der Ross. Wir müssen lernen, eine Sprache zu entwickeln, die unsere Ross versteht. Okay? Und möglichst naturnah, sage ich einmal am Pferd. Grundausbildung. Was heisst das? Was heisst für euch Grundausbildung? Was bedeutet dieser Begriff? Alle Scheuch wie verrückt. Oder noch halb am Schlafen. Grundausbildung. Kommt! Was ist Grundausbildung? Ja. Basics kennenlernen. Sicherheitsabstand. Ja. Aha. Okay. Also das einfach kurz repetieren. Das ist ein Ross Basics lernt. Was auch immer Basics. Hinterhand. Hinterhand. Bewegen. Vorhand. Bewegen. Stand bleiben. Hauf geben. Oder? Dass er aufhören kann. Wer von euch hatte schon mal ein junges Ross in der Hand, das die Füsse nicht gegeben hat? Hm. Ist noch schwierig, oder? Wie bringt man dem Ding jetzt bei, seine Füsse zu geben? Das ist Grundausbildung. Okay? Das ist ganz, ganz wichtig. Darum haben wir uns da so schön geschrieben. Was nützt es uns, wenn unser Rass 1,40 m Parkour springt? Wir aber nicht vom Reitplatz wieder zurück ins Stall kommen, ohne dass zwei Leute das Rass heben. Und das ist jetzt die für euch, die mich kennen, wie ein Sportreiter. Ich tue gerne. Ich habe sportliche Ambitionen. Ich habe überhaupt nichts gegen Sportreiter. Ich kenne sehr viele Freizeitreiter, die genau das gleiche Problem haben. Und umgekehrt. Okay? Also es geht mir einfach darum, euch zu veranschaulichen, dass ein Parkour springen, eine Dressurprüfung reiten, ausreiten, das sind zum Teil schon fast Spezialisierungen. Okay? Also auch dort gibt es natürlich einen Teil Grundausbildung. Aber ich sage auch mal, ein richtig gutes Freizeitrass braucht genauso viel Ausbildung, wie ein Sportrass auch braucht. Für mich bildet man auch ein Freizeitrass aus, einen verlässlichen Partner zu sein. Genauso wie ein Springrass, ein Dressurrass, ein Westernrass, das ist disziplinunabhängig. Und das gehört für mich darum in die Grundausbildung. Wie du schön gesagt hast. Jedes Rass muss lernen, uns zu vertrauen, zu verstehen, was wir meinen, wie wir uns mitteilen, und das gehört aber für uns auch in die Grundausbildung, das mit mir lernen, wie wir mit unserem Rass kommunizieren, wie lernt mein Rass, wie bringe ich dem Rass etwas bei. Okay, das gehört alles in die Grundausbildung. Darum ist es so wichtig, dass wir eine Verbindung zu unserem Rass finden und dass wir eben wissen, wie wir das überhaupt machen. Jetzt. Was bewirkt Natural Horsemanship? Wenn wir jetzt mal einfach, wir gehen Begriffe Grundausbildung ins Natural Horsemanship hinein. Es ist da ganz so lange Liste, die könnt ihr euch einfach mal so nebenbei durchlesen, während ich hier erzähle. Das wäre ja schön, wenn das wirklich tatsächlich so wäre. Also mit Rass hat eigentlich unsere Traumvorstellung. Es liebt uns über alles. Wenn er uns sieht, kommt er zu uns am liebsten im Galopp mit den Ohren vorne. Wie er hat vielleicht noch? Es ist unglaublich respektvoll. Es läuft nie in unsere persönlichen Zonen hinein. Es züchtet nie am Strick. Es hält immer an, wie wir wollen. Es ist alles in wunderbarer Harmonie und so weiter und so fort. Es kommt mir immer wieder das Bild davon, mit weh in den Haaren, ohne Sattel und zusammen am Strang galoppieren. Das ist so die Traumvorstellung von vielen, die Rass haben. Das heisst, was bewirkt Natural Horsemanship? Das heisst, nicht das Natural Horsemanship, das bewirkt, sondern korrekt angewendete Techniken, Philosophie, Gefühle, Wissen und eben mentale und emotionale Fitness, gehört da auch auch rein, richtig angewendet, sollten euch helfen, die Resultate überzukommen. Okay? Es gibt eigentlich kein magisches Grundrezept, als uns einfach weiterzuentwickeln in anderen Bereichen. Hat irgendjemand, Entschuldigung, eine Frage zu irgendetwas bis jetzt? So, dass ich euch da nicht überrumpele. Ist ein wenig viel, habt ihr schon fertig gelesen? Es gibt dann nachher einen Test bei uns am Stand. Ich muss dann selber auch noch lesen. Was meinst du? Ah, der kommt niemand im Stand. Ah, der kommt niemand im Stand? Also, wir machen den... Ich weiss auch nicht. Es gibt dann auch Schöckeli für richtige Antwort. Gell? Ich breche heute leere Versprechungen allein. Gut. Nein, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es eigentlich grundsätzlich schön wäre, wenn all diese Sachen so wären, oder? Wer von euch, ganz kurz, wer von euch tut Englisch reiten? Englisch. Mit einem Englisch-Sattel. Englisch-Sattel? Ja, Western-Sattel. Wer ist ein Westernreiter? Western-Sattel. Western-Sattel? Nein, ich will nicht zu den Westernreitern gehören. Okay. Wer von euch tut, ich sage jetzt mal, 80% ausreiten? Hände hoch. Okay. Wer von euch verbringt mehr Zeit in der Halle? Das wären jetzt die anderen. Wer von euch reitet gar nicht? Gerade angefangen. Gerade angefangen. Du gehörst auch zu reiten? Das ist auch gut. Bist auch dabei? Also, rot angefangen zu reiten. Ja, rot. Okay, gut. Also, wir haben ein wild gemischtes Publikum. Die einen reitet besser, die anderen Englisch. Wer von euch sportlich ambitioniert? Die sind immer ganz schüch. Da traut man sich irgendwie gar nicht zum Bezugehen, dass man sportlich ambitionierend ist. Gut? Sehr gut. Okay. Also, wie gesagt, wild gemischtes Publikum. Und vorher haben wir fast alle zugestimmt, dass wir alle gerne da hätten, oder? Und das sind eben die Sachen, die in die Grundausbildung hineingehören. Emotionale Fitness bedeutet, die eigenen Emotionen oder Kontrollen zu haben. Oder wie ich auch gerne sage, die Schmetterlinge, die fliegen, wenigstens in Formation fliegen zu lassen. Ich weiss noch gut, das erste Mal, als ich mein allererster Militär in der USA war, mein allererster Kross, als ich höher gegangen bin. Das war ein Einstern für die, die wissen, was das heisst. Ich habe dann Linda Parelli, ich war hier Studentin bei IRE, also Langzeitstudentin, ich war vor der Startbox und ich habe mich nicht mehr gespürt. Ich bin nur, also emotionale Fitness gleich null. Und ich habe dann Linda gesagt, bringe ich irgendwann das komische Gefühl weg. Bin ich irgendwann einfach mal nicht mehr aufgeregt. Und dann hat sie gesagt, wieso willst du denn da überhaupt loswerden? Ja, ich kann nicht denken, ich bin nicht bei mir. Ich weiss gar nicht mehr mehr, ich weiss nicht mehr, was ich tun muss. Ich bin der blöde Dings zweimal abgelaufen, das sind vier Kilometer. So, zweimal bin ich abgelaufen, am Abend vor und vor. Ich hatte einen schönen Arm, war in der Praxis, ich wusste genau, wohin ich wollte. Ich wusste, weil ich war voll vorbereitet. Aber mein Körper, meine Emotionen haben einfach verrückt gespielt. Und sie hat das dann ganz gut gesagt. Sie hat gesagt, du musst nicht versuchen, das loszuwerden. Wer von euch hat schon mal versucht, sich selber zu sagen, bleib ruhig? Wer? Hat es etwas genützt? Du musst nicht nervös sein. Du hast keinen Grund, nervös zu sein. Wieso bin ich denn nervös? Bin ich denn blöd? Oder wieso bin ich nervös? Dann nichts, oder? Wir müssen lernen, Techniken zu entwickeln, wie wir die Emotionen unter Kontrolle bringen. Nicht loswerden. Loswerden ist nicht das Richtige. Denn dann sagt ihr euch selber, dass es etwas Falsches ist. Es ist nicht falsch. Aufgeregt zu sein, nervös zu sein. Es ist nicht falsch. Aber wir müssen lernen, diese umzuwandeln und für etwas Positives zu brauchen. Okay? Also darum sage ich einmal, das sind die wilden Schmetterlinge, die irgendwo überall kreuz und klar fliegen. Und wenn die alle miteinander gleich fliegen, dann kann ich mich konzentrieren. Dann bin ich auch im denkenden Bereich von meinem Hirn. Und dann geht es irgendwann. Okay? Das Rass als Fluchttier ist grundsätzlich ängstlich und vorsichtig. Okay? Das ist natürlich extrem abhängig von der Umgebung, in der sich das Rass befindet. Ich hoffe, dass eure Rassen bei euch zu Hause im Stall nicht immer im vollen Fluchttiermodus sind. Und wenn sie das sind, dann haben sie höchstwahrscheinlich noch andere Probleme, die das mit sich bringen. Und wenn wir unserem Rass helfen sollten, ist, sein natürliches, das ist etwas Natürliches, natürlichen Fluchtinstinkt zu kontrollieren und unseren Vorschlägen vertrauensvoll zu folgen. Das ist wieder das gleiche Thema. Bestraft eure Rassen nicht für eine natürliche Reaktion, die aufgrund seiner natürlichen Instinkte kommen. Ich denke mal, wieso würde ich mein Rass für etwas, das für euch natürlich ist, bestrafen? Wer von euch war noch nie verrückt auf euren Rass? Das ist schon mal die erste Frage. Wer von euch noch nie verrückt auf euren Rass? Gar nie? Niemand. Treff! Das ist das erste. Und zweitens für Anspannung. Also wenn ihr den Kopf lupft und etwas anschaut. Aber ihr würdet gerne hier etwas machen. In der Rittstunde ist immer das Beste. Die beste Situation. Ich habe eine Rittstunde selbst, oder? Ich würde jetzt gerne etwas lernen. Du musst jetzt mit mir in dieser Rittstunde sein und dich auf diese konzentrieren. Hört jetzt mal auf, immer dort rauszuschauen. Wer von euch hat die Situation schon mal selbst erlebt? Wir müssen nicht so fest rauf. Oder wer hat schon mal jemand gesehen, der in dieser Situation war? Ich glaube alle, wenn wir ganz ehrlich sind, oder? Also inklusive mir. Sie nehmen da überhaupt nicht aus. Das ist etwas ganz normales. Das ist ein natürlicher Instinkt, dass ein Rass sehen will, was läuft rundherum. Das ist ein natürlicher Instinkt des Rass. Und es ist für uns sehr natürlich, da können wir uns auch etwas beruhigen, für uns auch natürlich zu sagen, hör mal auf. Das ist ein bisschen das Raubtier in uns. Das haben wir alle irgendwo. Okay. Das bedeutet auch, dass wir die Verantwortung ernst nehmen müssen. Dass wir für uns, also dass wir, ich sage jetzt mal, ob ich nicht, das ist ein besseres Wort. Commitment auf Deutsch. Commitment. Wer von euch versteht nicht, was Commitment heisst? Ist das ein englisches Wort? Ähm. Wie? Nein, nicht Equipment. Commitment. Nein, nicht Equipment. Also wir müssen uns entschliessen und uns, ja, uns dazu zu verpflichten, das ernst zu nehmen, dass wir uns auch so weiterentwickeln in unserer persönlichen Entwicklung. Dass wir da können, eben, unseren Raubtierinstinkt unter Kontrolle behalten. Dass wir unserem Rass auch helfen können, unseren Fluchttierinstinkt unter Kontrolle behalten. Solange ich mich verhalte wie ein Raubtier, emotional, dementsprechend schlechte, schlechte für das Rass, schlechte Entscheidungen treffe, kann ich mich von meinem Rass nicht verlangen, dass er sich total entspannt wie ein toller Partner verhaltet. Okay? Ich weiss es, oder hoffentlich, klingt für euch alle logisch und ja, natürlich ist klar. Aber es ist wirklich nicht so einfach, das im Alltag anzuwenden. Haben wir alle etwas zum Schreiben da? Das Telefon oder so? Ich gebe euch ganz kleine Aufgaben für zu Hause. Ich kann es natürlich nicht kontrollieren, nicht wahr? Aber für euch selber. Wenn ihr euch eben jetzt entschlossen habt, dass ihr euch möchtet, zum Wohl für eures Rass auch auf eurer persönlichen Ebene oder ein wenig weiterentwickeln. Wenn ihr das nächste Mal zu eurem Rass geht und etwas mit dem Rass macht, geht ausreiten, was auch immer. Eine Aktivität mit eurem Rass. Zählt einmal, wie oft ihr sagt, nein, bist du, hm, da haben wir doch jetzt schon dreimal darüber diskutiert, das will ich nicht. Wie oft ihr das Gefühl habt, dass ihr ein wenig genervt seid oder einfach das Gefühl aufkommt, dass euch ein Rass nicht das macht, was ihr wollt. Und dass ihr sagt, nein, das will ich nicht. Einfach das nächste Mal, wenn ihr beim Rass seid. Probieren euch das, oder das ein wenig zu teilen, euch bewusst zu werden, wie oft ihr das macht. Wenn ein Rass emotional fit ist, kann es denken, bevor es reagiert. Was meine ich mit dem? Reagieren, Reaktion ist doch eigentlich etwas Gutes. Also wenn ich beim Rass immer mal rübergehe, möchte ich auch, dass er rübergeht, oder? Mit reagieren, meinen wir aber etwas, das aus Reaktion kommt. Also wie wenn ich jetzt Anna... Eine wäre schlau, würde sie wahrscheinlich so machen. Das ist eine Reaktion. Das ist nicht etwas, was sie denkt, warte, Marion hat mir eins gehauen, jetzt verteidige ich mich. Das ist eine Reaktion. Das ist etwas, was aus dem Instinkt, aus dem Reflex herauskommt. Okay, für ein Fluchtpferd. Was ist denn natürlich Instinkt, natürlich Reflekt? Reflex, was macht ihr? Es ist eine Gefahr. Wir nehmen ein Beispiel, die Strasse. Das ist gerade mein Lieblingsbeispiel, ich hatte gerade diese Woche eine tolle Erfahrung mit einem Rass unter der Strasse. Es kommt ein Lastwagen. Ein grosser Lastwagen. Der Lastwagenfahrer sieht nicht so aus, als würde er sich wahnsinnig dafür interessieren, wie es meinem Rass geht. Was macht das? Habt ihr das auch schon gehabt? Ja? Nein? Nicht gegen den Lastwagenfahrer, oder? Es gibt auch nette, wie man winkt und lächelt. Und... Okay, also wer hat die Situation schon mal gehabt, oder? Ihr habt gesehen, der Lastwagenfahrer interessiert sich nicht dafür, ob ihr über euren Rass herumgezabelt oder nicht. Okay, was macht das Rass? Das blöde Rass? Was macht das? Es will flüchten. Woher er flüchten? Heisst es denn? Auf die Strasse! Vor der Lastwagen! Auf die Strasse! Weil auf die andere Seite kann er noch nicht, weil nicht ist alles zu. Haag! Ich weiss doch auch nicht. Häuser! Irgendwie etwas. Also er juckt in die Strasse! Vor der Lastwagen! Du blödes Tier! Wieso machst du das? Das ist eine Reaktion! Er geht nicht. Ich habe Angst vor dem Lastwagen. Was mache ich jetzt? Ich springe vor der Lastwagen. Das ist offensichtlich eine Reaktion. Okay? Es ist ganz wichtig, dass wir dem Rass beibringen, dass er in solchen Situationen mental, also zuerst emotional fit sein kann, dass er nicht so Angst haben muss. Okay? Das ist grundsätzlich, können wir uns dem Rass beibringen, nicht so viel Angst zu haben. Und dann eine gute Entscheidung zu treffen. Dass er eben nachdenkt. Wie fährt es? Was meinst du? Am liebsten euch fragen. Und ihr könnt sagen, wie fährt es nicht? Also hast du auch keinen Grund, Angst zu haben. Also ihr könnt entspannt bleiben. Das ist der emotional Teil. Und wenn ihr beide entspannt seid, könnt ihr eine gute Entscheidung treffen. Zum Beispiel dem Lastwagenfahrer deutlich machen, dass er nicht daran vorbeifahren soll. Weil es ist eure Verantwortung, eure Umgebung so zu kontrollieren, dass keine Umfälle passieren. Wisst ihr, was ich meine mit dem? Es ist nicht der Lastwagenfahrer sein Fehler, wenn ihr an eurem Rass vorbeifährt und euer Rass vor das Auto juckt. Das ist nicht ihm sein Fehler. Woher sollte er oder wieso können wir von so jemandem erwarten, dass er unser Rass lesen kann? Was ja für uns meistens schon schwierig genug ist. Zu wirklich wissen, was an eurem Rass vorgeht. Um zu sehen, was passiert. Wenn er ihm sagt, du musst bremsen und er fährt weiter. Ja, dann ist er. Einen rücksichtslosen Lastwagenfahrer. Um es jetzt nicht auszudrücken. Aber wisst ihr, was ich meine? Das ist eine ganz normale Alltagssituation. Emotionen unter Kontrolle. Entspannt bleiben. Eine gute Entscheidung treffen. Was ist die richtige Entscheidung? Darum ist es so wichtig, dass ihr eure Emotionen und eure Entscheidungsfähigkeit im Griff habt. Dass ihr eurem Rass eine gute Führungsperson sein könnt. Eines Rass kann fokussiert sein, also eben mit euch verbunden. Vor allem in die Hände gelupft, als ich gesagt habe, wer von euch hatte schon mal die Situation, dass das Rass immer abgelenkt war und sich nicht auf das konzentriert hat, was er gerne gemacht hat mit dem Rass. Also wenn das Rass uns vertraut und nicht emotional wird oder emotional reagiert, kann es eben cool bleiben, wenn es mal brenzlig wird. Eben jetzt die Situation Lastwagen. Ein Rass sollte sich vertrauensvoll und motiviert mit neuen Sachen auseinandersetzen können. Wer von euch hat ein Rass, der Mühe hat mit neuen Sachen? Nur so wenig? Wirklich? Echt? Dann macht ihr zu wenig neue Sachen mit eurem Rass. Nein. Aber grundsätzlich sind neue Sachen etwas für uns, die sich sehr stark mit Muster im Leben gut auseinandersetzen können. Wie Repetitionen, Wiederholungen. Etwas, was gleichbleibend ist, ist für ein Rass relativ einfach zu handeln. Etwas, was unvorhersehbar ist, ist immer schwieriger für ein Rass. Okay? Es sollte in allen Gangarten in unterschiedlichen Geschwindigkeiten geritten werden, ohne dass es emotional wird. Wer von euch hat ein Rass, das ihr ganz entspannt im Schritt, dem langen Zügel ritten könnt? Hoffentlich alle. Und sonst müsst ihr an einen Kurs kommen. Trap. Galopp. Schnellen Galopp. Und dann auch wieder bremsen. Ohne Zügel. Jetzt sind sie doch ein wenig unsicher, die Hände. Okay. Aber da habt ihr sicher auch schon erlebt, dass es meistens im Schritt einfacher ist als im Galopp. Oder? Also wenn ihr etwas Neues probiert, macht ihr es meistens hoffentlich im Schritt oder im Trap und vielleicht nicht in einer Gangartverhöchung ist. Umso schneller das Rass läuft, sich bewegt, umso einfacher ist es für die Emotionen, um hinaufzukommen. Okay? Also das ist auch etwas, das wir uns dem Rass beibringen müssen, seine Emotionen unter Kontrolle zu haben. In jeder Gangart, in jeder Geschwindigkeit. Okay? Was haben wir da als Letzter? Ah ja. Über das haben wir eigentlich schon geredet. Dass es in einer neuen Situation nicht mit dem Fluchtmodus reagiert, sondern eben in der denkenden Hirnhälfte bleiben kann, der mit uns zusammen die Situation meistert. Jetzt zum interessanten Teil. Also wenn ihr das bis jetzt noch uninteressant gefunden habt, hoffe ich, dass es jetzt interessant wird. Der Einfluss von der mentalen und emotionalen Fitness auf die körperliche Gesundheit vom Rass. Und das geht übrigens nicht nur um das Rass, um die körperliche Gesundheit vom Rass, sondern auch vom Reiter. Die mental- und emotionale Fitness hat einen direkten Einfluss auf die Gesundheit vom Rass. Zum Beispiel, habt ihr vielleicht schon mal gehört, mein Rass ist auf Adrenalin. Wie sieht ein Rass aus, das auf Adrenalin ist? Wisst ihr, was Adrenalin ist? Sind wir schon mal Bungee-Jumpen? Nein! Ist nicht das Weiterentfehlen. Nein, nein. Aber wenn mein Rass aufgeregt ist, der Kopf ist hoch, die Augen sind weit aufgerissen, der Schweif ist in der Luft. Okay? Also meistens eigentlich, wenn ein Rass in dieser Körperhaltung ist, also der Kopf höher und angespannt ist, besteht irgendein Fluss von Adrenalin. oder Kortisol ist ein Stresshormon, das ist bei den Leuten übrigens genau dasselbe. Wenn ein Rass ständig unter Stress steht, das heisst immer in diesem Fluchtmodusbereich, der sich befindet, das ist bei den Menschen genau dasselbe, ist das Unsystem konstant auf Hochbetrieb. Okay? Also wie wenn ihr euch die ganze Zeit mit Leuten umgebt, die immer am ... ... ... ... ... ... ... ... ... da seid ihr andauernd in der Situation ausgesetzt, die für unser Immunsystem ... ähm ... ... wie soll ich sagen. ... ... Für ihr ist auch gestresstieb Trocken. Ihr müsst irgendetwas organisieren. Sie haben eine mega strenge Zeit beim Arbeiten und gehen in die Ferien und werden krank. Das gibt es noch oft, oder? Dass man meistens erst dann krank wird, wenn man Zeit hat, um krank zu sein. Super. Aber das ist ein ähnliches Thema. Solange wir gestresst sind, werden wir vielleicht noch nicht krank. Aber irgendwann, wenn sich das Ganze entspannt, werden wir krank. Weil das Immunsystem immer so überlastet war, dass unser Körper sich nicht hätte um die wichtigen alltäglichen Sachen kümmern können. Weil es eigentlich immer im Überlebensmodus ist. Das ist das Gleiche für das Rasse. Wenn das Immunsystem immer so überlastet ist, sind es auch viel anfälliger auf Infekte im Allgemeinen. Husten, Fnüssel, Magengeschwür. Wer von euch hat ein Rasse, das Magengeschwür hat? Oder schon mal gehört? Oder ihr wisst es vielleicht nicht. Übrigens, 40% aller Rasse haben angeblich Magengeschwür. Das habe ich herausgefunden letzte Woche. Es sind mehrere Studien jetzt, die das beweisen, dass 40% aller Rasse Magengeschwür haben. Das ist riesig. Also das heisst, fast die Hälfte aller Rasse, eurer Rasse, hier in diesem Raum, hat Magengeschwür. Also es ist wirklich wichtig, die emotionale und die mentale Fitness hat auch einen riesigen Effekt auf die körperliche Gesundheit vom Rasse. Ein interessantes Beispiel eigentlich noch aus dem Alltag. Ich habe im Moment ein Rasse im Berit. Das ist ein siebenjähriger Lusitaner Hengst. Er ist gar nicht hengstig. Also gar nicht hengstig. Natürlich weiss er, dass er hengstig ist. Das ist auch schön grundsätzlich. Er ist zu mir gekommen, weil er nicht mehr, also nicht mehr läuft. Es ist nicht so, dass er nicht mehr läuft. Aber er läuft von sich aus nicht. Wenn du ihm nicht sagst, lauf, lauf, lauf und ich meine es im Ernst, dann läuft er nicht. Okay? Also er hat grundsätzlich beschlossen, dass das Leben einfach so ist, dass man sich nicht bewegt. Und wenn man dann muss, dann tut man. Okay? Ist das normal für ein Rasse? Ist das normal? Ja? Nein? Vielleicht? Vielleicht schon? Nein, definitiv nicht. Oder? Nein, das ist nicht normal. Der ist so sicher nicht auf die Welt gekommen. Oder ich weiss, dass er so nicht auf die Welt gekommen ist. Okay? Das Rasse lebt seit der zweieinhalbjährige in ihrer Box. Allein. Er ist ja hengstig. Ist ja logisch. Muss ja allein sein. Und ist nachher, ist ein sehr talentiertes Rasse, ist nachher ins sportliche Training reinkommen. Okay? Ist mit dreieinhalb der erste Hengstau gelaufen. Und ist nachher von Turnier zu Turnier. Nicht? Also das war jetzt kein brutaler Turnierritter überhaupt. Er war mit einem sehr guten Profi Dressurausbilder. Und das Rasse ist immer wieder vorgestellt worden. Er hat auch gewonnen, 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 gewonnen. Und dann so langsam ist er immer schlechter geworden. Weil er hat ja auch selber immer weniger gemacht. Und dann sind sie zu mir gekommen. Er hat gesagt, wir wissen nicht, was falsch mit ihm ist. Aber er will einfach nicht mehr. Okay. Wie ist er denn sonst so? Ja, wie meinst du, wie ist er denn sonst so? Ja, hat er eine Bezüchung mit euch? Ja, wie meinst du, Bezüchung? Ja, sicher. Wir machen ja jeden Tag etwas mit ihm. Wieso? Ja, nein. Wenn du die Boxentüren aufmachst, kommt er zu dir. Ja, nein. Aber er lässt dich nicht weg. Wieso? Ja, kann er weglaufen? Ja, nicht weit. Aha. Okay. Also kommt er eine Gruppe zu sagen oder nicht? Ja, nein. Wenn wir ehrlich sind, nicht. Aber ich kann ihn ja einfangen. Also, wo ist das Problem? Oder? Also, nein. Ich meine das jetzt überhaupt nicht herablassen. Ist doch so. Ich kann ihn ja einfangen. Wo ist das Problem? Okay? Und dann hat er so angefangen. Und er hat dann gesagt, ja, er steht dann einfach einmal so da. Und wartet, bis man ihn zattelt und zäumt. Also, er ist uuuhbrav. Dann haben sie gesagt, depressiv. Ich würde man sagen, wenn ich so auf meinem Stühli sitze. Und ich warte bis, weisst du auch nicht, mir irgendjemand meine Schuhe erlegt, meine Hosen und meine Jacke. Und er könnte mir den Arm lupfen, um die Einfädelte zu lassen. Und den anderen Arm. Und nicht mal den Kopf hoch. Und jetzt mach mal so. Und jetzt laufst du rein. Das ist doch, das ist nicht normal. Wenn das ein Mensch machen würde, oder? Dann würden wir denken, da ist irgendetwas falsch mit dem. Aber bei dem Ross, ja, er macht ja alles. Wisst ihr, wenn sie es gemerkt haben, dass etwas falsch ist? Er hat angefangen, Rückenweh zu bekommen. Jetzt ist etwas falsch mit ihm, weil er hat Rückenweh. Aber die vier Jahre vorher, als das Ross so war, mit dem ist nichts falsch gewesen. Das ist die Realität. Jeden Tag, in fast jedem Stall, wo ich sehe, wo mehrere Ross sind. Nein, zwei glückliche Ross gibt es meistens nicht. Wenn es nur zwei sind. Oder wisst ihr, was ich meine mit dem? Emotionale, mentale Fitness, das gehört dort hinein. Das ist Gesundheit, die sich früher oder später auf den Körper auswirkt. Bei dem Ross war es jetzt einfach, dass er, weil er sich nicht mehr bewegt hat, den Rücken auch nicht mehr gebraucht hat und er den Rückenweh bekommen hat. Dann hat der Rücken weggegangen, hat der Rücken noch weniger gebraucht, hat sich noch weniger bewegt, dann hat er auch kein Problem bekommen. Das Nächste ist, weil er sich nicht bewegt. Und weil man ihn so zwingen muss, um sich zu bewegen, hat er angefangen, dicke Beine zu machen. Weil er ja keinen Schritt läuft, dann steht einfach rum. Wenn er auf dem Auslauf ist, steht er so da. Er bewegt sich nicht, er hat dicke Beine bekommen. Oder wisst ihr, das ist ein tiefes Kreis, oder? Das gehört alles zusammen, das hat alles einen Zusammenhang. Okay? Jetzt kommen wir zum Thema unerwünschtes Verhalten. Was sind denn so unerwünschte Verhalten von unseren Rossen? Ein Beispiel. Unerwünschte Verhalten. Ihr dürft alles loswerden, wenn ihr wollt. Schnäpperchen. Schnäpperchen. Das ist ganz typisch. Hör mal auf. Andere Sachen. Sachen von euch. Jetzt? Ein Strickchen. Ein Strickchen. Das ist ein lustiges Ross. Gehörst du schon, ja? Andere Sachen. Auslaufen, sondern eigentlich gehört alles in die gleiche Kategorie. Ist gut. Andere Bisschen. Aber man muss kratzen. Ja. Nichts da bleiben muss liegen. Wir müssen unglaublich folgsame Rossen haben. Das ist faszinierend. Finde ich super. Aber unerwünschte Verhaltensweisen. Und was dort auch rein gehört. Wer von euch kennt ein Ross, das webbt? Das webbt? Das habe ich nie gesehen. Kruppe. Wer von euch kennt ein Ross, das kruppt? Gibt es, oder? Das bringst du auch nicht weg? Nicht immer. Nicht immer. Es gibt irgendwann, also sogenannte Ticks, sagt man denen, oder? Oder habt ihr auch schon ein Ross, das so macht mit der Lippe? Wo immer die Lippe so aufeinander. Die Zunge raushebt. Die Ohren anlegt. Das sind unerwünschte Verhaltensweisen von Ross, oder? Das sind alles Sachen, die uns zeigen, dass irgendein Problem vorhanden ist. Okay? Und das Problem kann körperlich sein, aber es kann auch emotional sein. Und all diese Sachen, Kuppen, Webben, Schnappen, das sind meistens, nicht immer. Aber auch oft emotionale oder mentale Probleme. Okay? Weil es irgendwo ein Bedürfnis gibt, das für das Ross nicht erfüllt worden ist. Unerwünschte Verhalten kann man immer, immer, das ist so ein lässiges Wort, kann man grundsätzlich immer in zwei Sachen oder in zwei Ursprungsorte aufteilen. Entweder kommt es aus unserer Angst und Unsicherheit oder aus unserer Dominanz. Wir sagen dort ja, Misros ist ein frecher Kib. Der hat nie Angst. Der trampelt mir immer auf den Füssen. Der hat sicher nicht Angst. Oder? Misros hat immer Angst vor allem. Unbegründet. Ich weiss nicht wieso. Das sind so die zwei Sachen, die verschiedene Symptome hervorrufen können. Jetzt, was machen wir mit dieser Information? Oder wir wissen zum Beispiel, Misros hat Angst. Ich habe mit irgendjemandem geredet. Der hat mir erklärt, dass Misros Angst hat. Jetzt, was mache ich? Oh, du bist ein Brave. Du musst keine Angst haben. Oder? Ich hebe den Westen noch fest. Du bist ein Brave. Bewege dich ja nicht. Es passiert nichts. Und spring ja nicht auf mich auf. Wer von euch hat die Situation schon mal gehabt? Wie gerade die Westen wieder. Da habe ich mich verwischt. Das war so lustig. Das war so ein grosser Warmblätter. So Füssen. Riesenlatschen. Und ich habe eigentlich nicht angelegt sein, oder? Für den Stall. Ich hatte so eine Turnschule angehauen, oder? Das tut unglaublich weh, wenn die einem auf die Füssen stehen. Und dann hat er so ein kurzes Strickertest abgehauen. Aus dem Anhänger heraus. Also er ist aus dem Anhänger und dann losgerannt. Und ich war zufälligerweise gerade auf dem Weg zu meinem Auto gewesen. Und dann irgendwie, ja, man muss ja das Tier irgendwie fangen, oder? Und dann hat er so ein weiches Halfter angehauen. Mit so Feldrahm. So. So gross, oder? Und er hat grundsätzlich, hat er mich schön eigentlich im Kreis herumboxiert, oder? Ich habe ihn dann hier am Halfter gehalten, weil das Seil ist so kurz gewesen, oder? Und er ist einfach immer so auf mich zugelaufen. Und ich habe immer gedacht, nur an meine Füssen. Okay. Also ich habe mich offensichtlich. Erstens habe ich nicht die richtigen Hilfsmittel gehabt, um ihn von mir wegzuzieren, sondern kann ich gerne den Herrn mit meinen Füssen, oder? Das sind so Situationen, wo unerwünschtes Verhalten, wie reagiere ich, oder? Was mache ich jetzt? Ist er frech oder ängstlich? Hat er vielleicht Angst? Also ich sage es euch mal jetzt. Er hatte den Kopf das oberste oben. Riesengross. Also er war irgendwo nicht oben. Die Augenweide aufgesperrt gewesen, der Schweif in der Luft. Hat er gemacht? Hat er Angst? Ist er auf Adrenalin? Ja, nein? Ja, nein? Ja, nein? Ja, oder? Hat er mich wegen dem gleich über den Haufen rennen? Ja, es war ihm eigentlich gleich, dass ich am Halter gehangen bin. Oder? Also muss ich irgendwie herausfinden, was kann ich jetzt machen, zu dem Ross in dieser Situation helfen, ohne dass ich im Leben zu vorbei bin. Also ich hatte nicht Lust, zum herzustellen und zu sagen, du bist ein Braver, ist alles gut. Aber das seht ihr oft, oder? Also ich sehe das auch oft. Oder ich habe oft die Situation, dass Leute mit Ross, die kommen ja aus irgendeinem Grund, oder? Dass Ross ausladet und genau diese Situation. Er ist aufgeregt, er ist auf Adrenalin, er zappelt umeinander, er denkt sicher nicht nach, er ist am Reagieren. Er fühlt sich nicht sicher, weil es dem Menschen die Sicherheit nicht geben kann. Oder? Aber er rennt den Menschen gleich über den Haufen. Also frech ist er irgendwie auch. Oder? Diese Situation habt ihr auch ganz oft. Er ist irgendwie, hat Angst, aber frech ist er eigentlich auch. Okay? Und darum ist das etwas ganz leistiges, was wir jetzt anschauen, das sind die sogenannten Pferdepersönlichkeiten. 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 Mit jedem Rass ist irgendwie gleich. Irgendwie haben alle zwei Hörchen, zwei Augen, ein Schweifchen. Die meisten haben einen Schweifchen. Ein wenig mehr, ein wenig mehr oder weniger. Vier Füsse. Sie sehen alle irgendwie ähnlich aus, oder? Aber sie sind sich doch sehr, sehr unterschiedlich. Wenn wir jetzt anschauen, wie die vier Pferdepersönlichkeiten gefährden. Wenn wir anfangen, ihr gehört, wie gerne ich mich so weggeräumt. Wenn wir anfangen, mal grundsätzlich. Wir haben schon davon gesprochen, die denkenden Seiten des Rasses und die, die nicht denken. Oder? Ich habe schon ein paar Mal darüber gesprochen. Auf der linken Seite seht ihr Left Brain, also die linke Hirnhälfte und auf der rechten Seite die rechte Hirnhälfte. Die linke Hirnhälfte ist die denkende Hirnhälfte. Ihr seht, da ist beschrieben ungezogen, faul oder stur. Und dann auf der rechten Hirnhälfte, auf der instinktiven Hirnhälfte sind die Sachen, wie er etwas spielt. Oder er ist zumal aus dem Nicht heraus explodiert. Das sind reaktive Sachen. Und dann habt ihr nachher extrovertiert ganz oben. Was heißt extrovertiert? Bin ich extrovertiert oder introvertiert? Extrovertiert. Extrovertiert. Preff! Sehr! So schlimm! Das nächste Mal hacke ich wieder aufs Stühli. Da sieht man es nicht so. Und dann das andere ist? Das Gegenteil von extrovertieren. Introvertiert. Introvertiert. Was heisst das? Introvertiert. In sich zurückzogen. Das ist eine sehr schöne Beschreibung. Ruhig. Ruhig. Tendenziell ein wenig zurückhalten. Beobachten. Beobachten zuerst, bevor er reagiert. Gut. Und jetzt? Das wäre ja eigentlich grundsätzlich einfach. Mein Ras ist extrovertiert oder introvertiert. Und da hat es sich. Dann gibt es Strategien für extrovertierte Rasen und Strategien für introvertierte Rasen. Oder? Macht Sinn, oder? Nein, brav. Nicht einfach ja sagen. Also, es gibt ja dann auch die Kombination aus diesen vier. Okay? Also wenn wir zum Beispiel, das sehen Sie, das ist mein Lieblingsbild. Der Linksextrovertierte. Nahti heisst. Was heisst Nahti? Machen wir noch Englisch ein wenig Unterricht. Wie? Frech. Wie? Ich verstehe dich nicht. Neugierig. Nein, Nahti ist nicht neugierig. Aber er ist auch neugierig. Mit dem Strick. Und dem Schnäpple. Das sind viele die. Die lustigen Frechen. Die linke Hirnhälfte introvertierte sind meistens die faulen, unmotivierten. Sie sind meistens nur faul, wenn sie nicht motiviert sind. Und dann auf der rechten Hirnhälfte haben wir meistens die, die schwieriger für uns sind, unter Kontrolle zu behalten, weil sie eben sehr reaktiv sind. Okay? Bei dieser ganzen Geschichte ist natürlich auch wichtig zu wissen, dass diese vier alle verschiedene Bedürfnisse haben. Okay? Also sie sind irgendwie gleich. Sie müssen sich alle sicher fühlen. Sie müssen mit allem Respekt, Vertrauen und Kommunikation haben, dass es funktioniert. Sie müssen alle emotional fit werden, damit wir von diesen Bildchen, habt ihr euch eines gemerkt? Oder zwei? Zu diesen Bildchen kommen. Okay? Das ist ja eigentlich das Ziel. Dass wir alle anliegen können, die ruhig und gelassen, vertrauensvoll, motiviert, äh, ja, das war eigentlich schon. Vertrauensvoll sein. Okay? Also das Ziel wäre grundsätzlich, dass alle von diesem Bildchen zu diesen Bildchen kommen. Wie mache ich das? Wie bewegen Sie mein Rass vom... Waaah! Zu... Wie mache ich das? Grundsätzlich muss ich mal verstehen, was das Bedürfnis ist von meinem Rass. Welche Persönlichkeit hat mein Rass? Was ist wichtig für mein Rass? Was sind die Grundbedürfnisse für mein Rass? Abgesehen von Futter, Liegefläche und so weiter und so fort, Sozialkontakt. Jedes Rass muss lernen, seinen natürlichen Fluchtreflex entgegenzuwirken, indem er lernt, sich wie ein Partner zu verhalten. Dass er von uns, von unseren Hilfsmitteln und der Umgebung keine Angst haben muss. Von uns, das ist einmal das Wichtigste. Wie hat ein Rass keine Angst vor uns? Oder wen hat er keine Angst vor uns? Sie haben noch Nippe, die sich bewegen... In dem wir uns nicht wie ein Raubter, sondern wie ein Partner verhalten. Für das wollen wir... Emotional fit sein. Dass wir eben nicht... Du blöder Kalb, jetzt hör mal auf! Sondern... Hm... Meine Schmetterlinge fliegen in Formation. Ich muss eine gute Entscheidung treffen. Die gute Entscheidung ist... XY. Okay? Dann müssen sie lernen, auf Druck zu weichen. Und eben wie gesagt, Druck heisst nicht, ich schlage mein Rass regelmässig ab und dann wird er drauf. Logischerweise. Hoffentlich. Habt ihr das alle schon herausgefunden, dass das nicht funktioniert? Okay? Sondern sie müssen lernen, auf Druck die angemessen Antwort zu geben. Also wenn ich zu meinem Rass hergehe und frage, kannst du ein bisschen auf die Seite? Sollte er sagen, ja natürlich, ist kein Problem. Und nicht... Geh mal auf die Seite. Okay? Dem... Wichtig ist, dass das Ganze eben nicht einfach zu einem sturen Ausbildungsprogramm wird. Sondern dass es für den Rass ein Spiel wird. Dass es für den Rass Sinn macht. Okay? Also versuchen, das Ganze spielerisch anzuwenden. Dass unsere Rass Freude hat, um etwas mit uns zu machen. Und eben mit uns zusammen etwas zu machen. Okay? Und es macht viel mehr Spass, mit jemandem etwas zu machen. Wo eben seine Emotionen unter Kontrolle hat. Und gute Entscheidungen trifft. Das ist für uns mit der Rassen so. Oder? Mensch-Pferd-bezüchig. Aber auch Mensch-Mensch-Mensch-Bezüchig. Oder? Wenn ihr euch mal überlegt habt. In eurem Umkreis. In eurem Freundeskreis. Das sind lässige Leute, oder? Die nicht bei jedem kleinsten Windsturm denken. Oh, es wird sicher sofort regnen. Und dann ist alles nass. Und dann habe ich meine nassen Haare. Und dann, ich weiss das auch nicht. Oder? Ich nehme mir das Beispiel. Eines meiner Lieblingsbeispiele. Ihr geht ins Berg. Ihr habt einen Bergführer. Oder? Ihr nehmt einen Bergführer mit euch mit. Weil ihr kennt euch nicht aus in den Bergen. Ihr wisst nicht, dass Bergsteigen oder allgemein Wandern im Gebirge gefährlich sein kann. Oder? Wieso? Wieso kann das gefährlich sein? Wieso? 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 Und dann? Unsicherer hat euch vielleicht etwas. Das hat das Gefühl, nein. Ist ihr euch echt sicher, dass so etwas der Berg bedeutet? Okay. Das Gleiche für das Rasse. Ich habe eine sehr schöne Schülerin. die, wenn eine Katze aus dem Busch springt, einfach schreit. Ah! Immer! Da haben sie da reingestimmen. Das ist etwas unglaubliches Schwieriges, dass wir solche Sachen unter Kontrolle behalten können. Aber das sind eben so Sachen, die wir lernen müssen, uns jemanden unter Kontrolle behalten, dass wir das Ganze auf eine spielerische Art und Weise unserem Rost beibringen können, damit wir die Person werden, die für das Rost lässig ist, mit dieser Person Zeit zu verbringen. Ganz kurz noch zum Thema Belohnung, Leckerli. Wer von euch Futter als Leckerli als Belohnung? Wer von euch gibt eurem Rost als Belohnung eine Pause? Noch besser. Okay. Ich sage nicht, dass Leckerli schlecht sind, aber von einem psychologischen Aspekt bedeutet eine Pause am Rost mehr als ein Leckerli shoppen. Okay? Also schlussendlich ist das Ziel, dass wir Harmonie erreichen mit unserem Rost, dass wir miteinander etwas machen wollen und vor allem, dass wir beide uns irgendwo in die Mitte treffen. Also wir uns bemühen, unsere Fähigkeiten so, wie soll ich sagen, weiterentwickeln, dass wir zu einem Menschen werden, der sich gerne mit dem Rost verbindet. Und aber auch das Rost lernt sich so zu verhalten, dass es für uns als Mensch auch lässig ist, etwas mit dem Rost zu machen. Und das liegt in unserer Verantwortung. Okay? Aber es sind beide Seiten, die sich verändern müssen. Also das Fazit ist, ein mental, emotional und physisch für das Rost ist ein zufriedenes und gesundes Rost. Okay? Es sind alle Sachen, die hier drin sein müssen. Darum ist es so wichtig, dass wir uns in all diesen Bereichen weiterbilden. Also nicht nur, ist mein Rost gesund? Hat er kein Rückenwein? Ist er sauber geschlagen? Und so weiter und so fort. Hat er warm? Hat er kalt? Hat er eine gute Ernährung? Sondern auch, was kann ich machen, damit meinem Rost helfen, emotional und mental gesund zu sein? Und wie kann ich meinen Teil dazu beitragen, dass mein Rost zu einem Partner zu werden? Gut? Ja, also. Wenn ihr Fragen habt. Erstens, weil ich hoffe es hat euch gefallen, ich hoffe es hat euch etwas gebracht. Wenn wir uns Interesse in irgendeiner Form geweckt haben oder irgendeine spezifische Frage habt. Wir sind da vorne. Es ist wirklich da vorne, um sich an diesem Stand. Ich darf gerne kommen, ich bin sicher eine Stunde mindestens dort, um irgendwelche Fragen zu beantworten. Kritische und auch nicht kritische. Ich würde mich freuen, euch zu sehen und ich wünsche euch alles Gute auf eurem Weg mit eurer Rost. Und einen schönen Tag an der Messe. Herzlichen Dank.